Moin moin, ich bin's ganz kurz vorweg, ja es kamen jetzt leider lange Zeit keine Videos mehr, das war, weil ich zur Zeit wenig Zeit habe oder beziehungsweise hatte und ja, es waren einfach blöde Hintergrundgeräusche die ganze Zeit, weil hier wird halt ein bisschen gestrichen und so und es ist nicht so nice und das sag ich auch nochmal im Video, dass vielleicht in der nächsten Zeit leider nicht ganz so viele Videos kommen können, aber ja, gut. Das wollte ich einfach nur ganz kurz gesagt haben, aber jetzt auch schon viel Spaß mit diesem Video. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video hier auf meinem Kanal, heute mal wieder Minecraft Badwars. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich natürlich sehr bei den Laumen nach oben und für so einen Abo freuen, schaut natürlich auch gerne auf Twitch und Discord dabei, würde mich auch auf jeden Fall riesig freuen und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Wir spielen heute eine Challenge, die es auf Hypixel einfach gibt und zwar gibt es die Challenge 1. Team Upgrades and Traps are disabled, you cannot pick up Diamonds. Ja, mal sehen, wie ich mich da schlagen werde. Es ist ganz cool so, weil es kann sich halt niemand Upgrades kaufen, es gibt keine Traps, es gibt keine krassen Rüstungsverstärkungen. Hier hätte es natürlich auch so spielen können, dass nur ich das sozusagen so habe, aber da gab es jetzt nochmal diese Challenge und dann dachte ich mir so, es wäre doch ganz lustig, wenn das niemand kann. Ist halt eigentlich auch wieder so wie normales Badwars Gameplay. Oh, gelb ist runtergefallen, dann gehe ich da direkt mal hin. Und wie ihr seht, sehen sie nichts, denn ich kann keine Diamanten aufheben. Okay, und jetzt, komm raus, hauen. Bam, hab ihn. So, und dann können wir uns auch gleich vielleicht schon mal, oh, wir können uns sogar einen Feuerball holen. Ja, genau, dann hole ich mir einen Feuerball und vielleicht nochmal eine Spitzsacke, kann man ja immer gut gebrauchen. Wir können vielleicht zu grün gehen, würde ich sagen, oder? Der kann Leiter glatschen, okay, interessant. Wir können dabei schon mal Eisenrüstung holen, das ist auch nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Genau, es gibt ganz viele dieser neuen Challenges, ich weiß nicht, ob die überhaupt neu sind, aber ich sehe die halt so zum ersten Mal und ich kann ja auch nochmal andere dann austesten. Weiß ist schon gar nicht mehr da. Ich gehe einfach mal ein bisschen in die Mitte gucken, wie geht. Ich weiß gar nicht, kann man das Maragta aufheben, ich weiß es nicht. Aber die Maragta finde ich jetzt auch erstmal nicht ganz so wichtig. Dann gehe ich hier mal hin. Nein, warum wurde mein Bett in dem Moment abgebrochen? Neue Runde, neues Glück. Dann, ähm, gehen wir am besten dahin, würde ich sagen. Es kann sein, dass jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen weniger Videos kommen, weil hier gestrichen wird und ich meinen PC halt nicht hier habe, sozusagen. Also der kann halt nicht so richtig fest an einem Platz stehen, denke ich mal. Mal sehen, wie es kommt, ich habe keine Ahnung. Ja, moin, Digga! Er war ein bisschen zu übermotiviert. Kann der Godbridge? Warum war der so schnell da? Oder habe ich einfach nur lange gebraucht, um das Bett einzubauen? Ne, der kann nicht Godbridge. Und ich habe ihn. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Dann gehe ich, glaube ich, mal zurück ganz kurz und ich gehe, glaube ich, eher die anderen Teams pushen. Ich glaube, das macht hier mehr Sinn auf jeden Fall. Also wie schon gesagt, es kann sein, dass in der nächsten Zeit ein paar weniger Videos kommen. Nur damit ihr es einfach wisst. Oh. Nein! Oh mein Gott, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Der baut so safe mein Bett ab. Ach komm, was ist denn das? Okay, wir sind in der neuen Runde drin. Warte mal, Rot geht direkt zu Blau. Können wir uns dann sneaky in die Richtung da bauen. Rot ist auch da erstmal beschäftigt. Okay, aber das Bett von Blau wurde zerstört. Rot kommt safe zurück. Oh oh, das ist gar nicht gut. Ah, warte mal, Rot geht aber wieder dahin. Das ist, oh mein Gott. Das ist Jackpot. Dann wollen wir eben da schnell zu den rüber. Okay, was macht grün jetzt hier? So, hab ihn. Was? Oh mein Gott, wie krass will der rumlegen? Das war schon sehr sass. Dann gehe ich zu grün, würde ich sagen. Ja, Digga, leck noch mehr rum. Ach komm. Weißt du, dann kommt gelb und staubt ab. Geh dann mal eben zu gelb. Jetzt kann ich auch mal testen, ob man überhaupt die Esmaragde einsammeln kann. Ah, die kann man sogar einsammeln. Ja, nice. Ach komm. Jetzt kriegt er die Esmaragde. Ich lag jetzt ständig zurück. Ich save mich da unten. Auf einmal, ich lag wieder zurück und kriege wieder Fallschaden. Ja, geil. Ich gehe einfach in Deutschland, ob sie sind hier gefunden, krank. Dann baue ich mich, glaube ich mal, direkt hier dann zu den Nachbarn. Die was auf meinem Schreibtisch ist. Habe ich nicht die Ausfaltungskraft, die ich sonst besitze? Was labere ich eigentlich? Ha, hab ihn. Jetzt habe ich nur leider keinen Feuerball mehr. No, mach's gut. Oh nö, was baut der denn hier schon wieder für Burgen, Alter? Nee. Ha, hab ihn. Gut, schnell wieder das holen, was ich brauche. Bam, weg damit. Oh mein Gott. Ich, yo, habt ihr das, diesen Play gesehen? Alter, ich bin einfach der krasseste Minecraft-Spieler der Welt. Das zeichnet den Meister aus. Und dann verkacke ich das. Nein. Okay, neue Runde, neues Glück. Boah, ich bin, ich bin, ich bin stolz. Das war heute für mich der Höhepunkt. Aber man sollte sich natürlich nicht zu viel selbst loben, ne? Das ist nicht gut. Ja, gut. Ähm, das war's nochmal mit dem wieder komplett. Der kann auf jeden Fall gut Passbritzen. Muss ich ehrlich gestehen. Nein. Okay. Das war natürlich jetzt sehr dumm. Da ist ja der, der miese Harald. Er will Leiterglatsch versuchen. Okay, okay. Okay, probieren. Oh, der hat aber auch eine Axt dabei. Oh ne, was baut der denn jetzt hier? Oh mein Gott. Ach komm. Hä? Was macht denn Grau jetzt hier auf einmal hier? Und dann leckt der auch noch rum. Dann leckt der auch noch rum. Das war's dann auch schon mit dem Video. Und wenn ihr es richtig gefallen habt, würde ich mich natürlich sehr bei einem Daumen nach rum und vielleicht würde ich mich aber freuen. Kann man noch mehr nuscheln. Äh, eigentlich nicht. Schaut natürlich auch gerne auf Twitch. Und das kommt vorbei. Würde mich auch auf jeden Fall riesig freuen. Mach's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüssi. Tschüssi.